In meinen sieben neuen Videos wird jetzt eine kleine Verlosung an meine Community stattfinden, wo ihr jedes Video etwas gewinnen könnt. Ihr müsst dazu lediglich euren Ingame-Namen mit in den Kommentaren schreiben, das könnt ihr per extra Kommentar oder einfach hinter euren normalen Kommentaren schreiben. Und dies wird dann mit einem Random-Picker jeweils im nächsten Video für das vorherige Video aufgelöst. Und es wird insgesamt 5x1 Monat Premium auf GOMAHT.net verlost und 2x Sub-Premium ebenso auf GOMAHT.net. Da diese Verlosung lediglich an meine Community ist, müsst ihr natürlich auch Abonnent sein. Ist ja logisch, weil diese Verlosung ist nur meine Community. Und nochmal großes Dank an ByGodCall, ohne den wäre diese ganze Aktion gar nicht möglich gewesen, denn er hat einfach eine 90€ PSC zur Verfügung gestellt. Und ja, in diesem Video wird gleich mal ein Monat zu Premium verlost, das wird dann im nächsten Video aufgelöst. Was ihr dazu tun müsst, ist halt einfach nur, falls ihr noch kein Abonnent seid, natürlich diesen Kanal abonnieren, weil dieses Gewinnspiel natürlich wie gesagt nur für die Community ist. Und einfach unten einen Kommentar schreiben mit eurem Ingame-Namen und dann wird das im nächsten Video aufgelöst. Aktuell ist es auch nicht möglich, irgendwelche Videos aufzunehmen, da wie man hier vielleicht schon einen kleinen Pixelfehler erkennt mit den roten Punkten, meine Grafikkarte in 24 Stunden Stream einfach komplett kaputt gegangen ist. Wenn wir jetzt gleich auch im Gerätemanager sehen, dass diese Grafikkarte deaktiviert ist, versuche ich den Treiber neu zu installieren, wird mir aber angezeigt, dass diese Grafikkarte gar nicht mehr existent ist. Nur ist meine Grafikkarte komplett kaputt gegangen. und in zwei bis vier Werktagen wird es aber wieder gehen, weil in zwei bis vier Tagen ich dann den neuen PC bekomme. Oli, 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 Oli. Oli, Oli, Oli. Oli, Oli, Oli. Hey, mach mal jemand noch. Wer macht der erste? Romeo. Was, ich? Oder wer? Können Sie haben? Können Sie haben? Was, ich? Nein, vielen Dank. We got a winner here, captain of the drunken ship Everyone inside my crew is lovin' all this funky shit Because it's ill, it's dope, it's sick, it's fresh, it's tight Es passt Nice, ich hab drei Ja, warte, ich versuchte ohne zu Suicide oder so Aber ich hab keine Blöcke mehr Ich brauch gar nichts mehr außer... Geh mir mal ein paar Blöcke Mir drop mir einfach das Gold, wenn's kommt Ich brauch nur Gold, alles andere ist Ah, hat sie Wow, wie war der Tag so? Ah, jung Ganz sick, deiner Oh, ne, die Rot-Milch geschafft, Rot-Milch geschafft Rot-Milch geschafft Rot-60, Rot-60 Ja, kannste treffen, oh Schön, schön Musst echt ein bisschen, geh einfach safe Ja, ist gut Die bauen die Mitte Soll ich Milt-G und Mitte machen? ja äh ja hast du ich hab Leiter soll ich Leiter mit dir soll ich Leiter mit dir mach 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 hab ich doch die haben eh schon ne C oder haben die ne C ne haben die nicht unten unten versuch einfach den zu fehlen wo ist der ganz oben aber unter dem noch ein hoch Achtung Achtung Abbau dann ja das war Bau alter Maxi ich flegge stay da einfach das ist gut helf hm ja wer war denn Bau von der du könntest vorne gleich vorne links dann spät wenn er dauer ist jetzt vorne links gleich safe nicht mit Holzficker nein Maxim hat oben schon geguckt auf mich ja er hat grad geschoppt Maxim war oben drauf der hätte von oben rauf schlappen können wenn ich den nocken soll jetzt vorne recht ich hab ihn not played Maxim stand da oben drauf wie soll ich den denn nocken ja 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 genau du links sie dann ab und dann auf und dann auf mach jetzt nach wo bei dir ja und dann ich ja 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 Smoke, go, any way that the wind blow They know I got a sick flow All across the seven seas Everyone can suck on these nuts God in heaven please I'll be home in seven knees up I'll be running shit even when I'm running slow Die sind zu vier, ne doch die sind zu vier Bays Die sind mit demnachtig Ja ist echt wichtig Die sind mit demnachtig Baut unseren Weg, recht safe Ich finde der Mist Maxim kommt Bogen Niki steht Ein Einfluss Irgendwärts die letzte Runde geben müssen Loll Ich hab ein Block I got a swag in my step a blue bag on my jet with two hits in and that I'm not the half of it yet I'm going in like a minor Soon to be major Player in the game Rider than the laser Cause I get high so I can get low I'm Jack Sparrow when I smoke go Any way that the wind blow They know I got a sick flow Get high so I can get low I'm Jack Sparrow when I smoke go Any way that the wind blow In the middle is just one I got a sick flow I got a sick flow Und bitte spieft euch inselt Über euch einer Über euch einer Nehm euch Head weg Achtung was gespampt Marco Mach du Hundesohn Digga kannst du aufhören Ey Rome baust du Junge Was mach ich? EP-Schutz wär wichtig Äh ja Kann ich einmal mit der Mehl machen? Oder wäre das Echt zu erlauben? Mh Wommissballotten vielleicht? Die sind so verdammt unlustig Oh sorry Oh Leute sorry Ah Shattera Moritz Also echt nie witzige wo Du hast noch nie so unlustige Witze gesehen Ja 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 höher Wonstig kommt einer Du musst dir nicht perfekt aus Ja da ist Hone Potter Ah ja schon klar Ja klar Und leg äh kipp Wemissg auf Wonstig Wonstig kommt einer Hat er schon Ich hab eins Okay perfekt Drei Hits Vier Hits Vier Hits Wonstig Vier Hits Digga Maxi Gib mir so Ey Fie 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 Ja Fisch Achtung Ich hab ihn oder? Michael Michael Ich hab 10 Herzen Michael Lass dich lauf Digga Fuck man Er ist immer noch da Hab ihn Oh nice Schöne Jungs Entster läuft unten Jop Geh Wind Ähh Achtung der Einzige Boah Das war ich noch mal gegen die Das war schön Wallet die jetzt auf keinen Das bockt Mega gegen die Geh Bei allem das elo Ich hab doch nicht bock auf das elo Gott Weißt du ich esse grad sowas So was russisches Plus elo Das wär richtig leck Faller den jetzt Ich hab ein Der hat geworfen Weil der grad diese scheiß äh AP Schuss gebaut hat Und der Steht auf einmal backt an dieser scheiß Treppe dran man Ich hab eine Aufmerksamkeit Und wir sehen uns guckt dass